so wir befinden uns heute hier im steinweisen park in der nähe von freiburg also mitten eigentlich im schwarzwald man sieht es hier hier sind auch wieder kleine bachläufe die hier den berg runterkommen und die fahrbahnen hier sind wirklich also mitten im berg reingezimmert und ja wir kennen halt sowas überhaupt nicht und wir sind sehr gespannt so 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 so